servus liebe freunde halli hallo herzlich willkommen ja also kredit ist bei null wir haben ein bisschen arbeit und da machen wir uns jetzt auch ran und zwar den können wir schon mal zur 1 rüberfahren so gekalkt haben wir hier das ist gut da können wir da im prinzip schon mit der einsatz starten ich habe schon überlegt wir brauchen ja von einigen sachen eine ganze menge das macht es uns natürlich jetzt nicht ganz so einfach hier jetzt festzulegen in welcher reihenfolge also unterm strich brauchen wir hauptsächlich mais und weizen ich denke also echt wir machen auf der 1 2 noch mal weizen drauf ich denke das könnte uns auf alle fälle noch mal ganz gut helfen so der kalker kann hier eigentlich sogar schon loslegen auf der drei müssen wir zum glück auch nichts machen das ist gut so hier kann der helfer schon mal starten wir tanken erst mal schnell ab damit der auf der drei weiter kommt denn wenn wir die ernten erst mal drin haben dann haben wir wieder ein bisschen ruhe dann können wir nämlich auch sagen okay wir machen vielleicht eine ernte mission die uns hier auch noch ein paar körnchen extra spendiert ansonsten ja wir haben jetzt keine im moment dringenden investitionen klar sparen wir auf alles mögliche aber ich denke mal wir sollten uns jetzt erstmal so ein bisschen um den laufenden betrieb hier kümmern so und da ist auch schon wieder alles sauber so muss das sein gut der läuft soweit hier brauchen wir im moment noch nicht hier können wir auf alle fälle erst mal weitermachen dass wir das feld fertig kriegen denn dann kann der kalker hier auch gemütlich erst mal durch arbeiten ich hoffe der macht das anständig werden wir uns dann natürlich im nachgang noch mal ansehen und schauen inwiefern wir da vielleicht noch die ein oder andere kleinigkeit nacharbeiten müssen so wie gesagt stroh sieht im moment gut aus wir haben eine menge wir werden aber auch eine ganze menge stroh brauchen und dann wenn wir hier ein bisschen ruhe haben sollten wir eventuell auch überlegen dass wir hier noch mal uns in richtung wiese orientieren wir werden auf alle fälle auch noch ein bisschen heu brauchen können aber erst mal das verteilen was wir im prinzip gerade da haben das ist ja auch nicht wenig also wir haben im heutrockner jetzt sage und schreibe 250.000 liter das ist eigentlich schon eine ganze menge dünger brauchen wir gar nicht gucken da haben wir mehr als genug das ist ja sehr sehr entspannt das thema dünger so wir machen hier natürlich gleich weiter wie gesagt stroh verkaufen werden auf keinen fall wir werden das ausschließlich nur für den eigenbedarf nutzen denn verkauf von stroh lohnt sich einfach nicht da haben wir zu viel zeitverlust mit fahrt und die kosten für die fahrt die abnutzung den sprit und des prinz unterm strich nicht wirklich rein für 1000 euro dann da so viel zeit zu verschwenden man muss immer überlegen wir sind ja in der challenge ein challenge bedeutet übertrieben gesagt jede minute die man hier im spiel sozusagen nichts macht ist eine verlorene minute in dem let's play ist das wurscht das kann man dann nachholen aber wir haben eine deadline bis dahin müssen wir natürlich bestmöglich aufgestellt sein und um das zu erreichen müssen wir natürlich auch die zeit die uns zur verfügung steht hier ja im prinzip optimal nutzen so beim kalker müssen wir jetzt natürlich aufpassen dass der jetzt hier nicht das zweier kalkt weil das feld zwei kalken brauchen wir nicht wir gucken noch mal zwei brauche nicht kalken drei brauche nicht kalken den brauche nicht kalken also das sieht eigentlich ganz gut aus so dass wir also danach im prinzip dem restlichen kalk direkt weg bringen können genauso wie jetzt gleich das stroh hier aber da will ich natürlich dann schon darauf achten dass wir hier nicht umsonst kalken weil das wäre wieder rausgeschmissenes geld nicht dies bedaucht auch nicht gut der rei kommen wir gut voran danach haben wir noch den mais und dann geht es mit der großen einsaat los sobald das stroh fertig ist könnten wir im prinzip die traktoren tauschen mit der einsaat schon beginnen dass wir da möglichst ja ohne viel hin und her gleich neu starten können ist natürlich schön wenn alles gleichzeitig erntereif ist da haben wir den vorteil wir können das in einem rutsch abarbeiten und dann haben wir ruhe dann ist es doch schon viel viel besser so den stroh den stroh wir bringen weg jetzt genau heute wieder ganz tolles deutsch hier am start in meinem großen hofladen haben wir auch alles würde ich sagen ganz gut im vorrat da brauchen wir uns erstmal nicht kümmern das ist das gute von daher war der regen eigentlich perfekt weil wir konnten die zeit jetzt erstmal nutzen und hier ja auch ganz gemütlich alles durcharbeiten so das fermenter silo arbeitet noch das heißt dann ja diese ist noch im wachstum da können wir also noch nichts machen aber das werden wir auch noch natürlich so weit hinkriegen wir müssen mal gleich gucken ich weiß gar nicht haben wir die sprit aktiv ne sprit produktion ist nicht aktiv die kommt jetzt mit dem raps gleich denn sprit müssen wir auf alle fälle wieder produzieren wir brauchen was für die dünger produktion wir brauchen was für unsere maschinen und da ist es natürlich dann schon wichtig dass wir ein bisschen vorrat haben in dem zug müssen wir natürlich dann auch ein bisschen auf die silage achten die hier unten drin ist die können wir dann bei gelegenheit mit dem front leider noch mal entsprechend leer machen was wir jetzt gerade machen weil wir da oben schon wieder dauernd drüber hüpfen wir nehmen mal gerade hier die silage weg das ist nicht viel aber da holpert man jedes mal schon so ein bisschen drüber auf 460 liters geht so die können wir gleich den kühlen wieder geben dass das was ich meinte so brauchen wir eigentlich den kühlen gar keine silage zur verfügung zu stellen die kommt von alleine das ist einfach durch sauber machen kriegen wir die silage kostenlos rein das ist natürlich ein sehr angenehmer nebeneffekt der ist drehen das passt so der kalker hat aufgehört das ist gut er hat aufgehört also glück brauchen wir nämlich der fährt immer noch wo wir nehmen hier mal den helfer raus wir kalken jetzt gerade hier noch den rest dieses eckchen hinten dass das auf alle fälle auch schön sauber erledigt haben und dann ist das okay dann kann der im prinzip schon wieder zurück den restlichen kalk können wir im prinzip dann einfach ins silo packen fürs nächste mal so das reicht auch der ganz schmale streifen da das ist jetzt nicht ganz so schlimm so dann schauen wir mal dass wir den wieder nach hause bringen ich überlege hat ob wir mit dem dann schon was anderes anstellen können aber im moment haben wir da eigentlich keine direkte verwendung wie es geht wie gesagt noch nicht gekalkt haben war dann kann der sich erst mal moment erholen sozusagen und er geht auf die 400 kilometer überlegt mal rein mit einem elektrotrakt durch in 400 kilometer gefahren das ist nicht schlecht würde ich mal so ganz frech behaupten das ist gar nicht schlecht da kann man nicht meckern so kalk ist jetzt nicht mehr viel das ist das gute ich überlege gerade wie wir den jetzt am einfachsten da rein bekommen hier müssen wir noch ein bisschen landschaftsbau machen das gefällt mir auch alles noch nicht so wirklich aber das kann man machen wenn die felder fertig sind wir keine arbeit haben das sind immer so sachen die hebe ich mir dann sozusagen für die arbeitslöcher auf wenn man sozusagen nichts mehr zu tun hat dann kann man das machen jetzt ist die frage kann ich das so abgeben hier dass das direkt im silo landet kann ja nicht genug platz zum abladen schade da ist es geht nur so okay dann geht das nur so ist aber auch erst mal nicht das problem so hier können wir dann gleich wieder auffüllen denn dünge haben wir ja gerade so schön voll gemacht und dann haut uns die dünge missionen ab aber das ist auch nicht so schlimm das kriegen wir auch so weit nach und nach hin wir können ja noch mal gucken ob wir jetzt vielleicht sogar noch eine neue dünge mission haben schon aber im moment ist alles am grob an also die dünge mission werden erst kommen die werden erst noch kommen na gut dann ist das so so wir switchen mal rüber das sieht jetzt alles schon ziemlich gut aus wir sollten aber erst mal hier uns jetzt um stroh weiter kümmern dass wir das nach möglichkeit fertig kriegen helfer hat einen fast vollen krank oder kriegen wir doch noch ein bisschen mehr rein als am anfang befürchtet ich dachte erst es wäre nur so 20.000 liter aber es sieht doch ganz gut aus zumal ja die dreier nach hinten doch ein bisschen länger wird die spur also ich denke mal es werden vielleicht doch so knapp an die 40.000 liter das ist natürlich sehr gut werden wir auch gut brauchen können denn wie gesagt raps ist ganz wichtig ein teil bringen wir in die spritproduktion ich würde sagen so was weiß ich 10 12.000 liter den rest werden wir dann komplett den schweinen geben und hier mit dem stroh wie gesagt will ich fertig werden damit wir den traktor freikriegen denn der kann im prinzip ja schon mit der einseit dann loslegen so bietet sich aber an vorher hier das stroh rauszuholen wir machen noch mal ich würde sagen weizen oder wollen wir gerste machen weiz hat den höchsten ertrag vom volumen her ich glaube weizen ist da doch die bessere variante machen wir noch mal eine runde weizen auf die zwei felder wenn das mit der einseit wieder so cool klappt also das ist ja echt schön dass die zwei so gut ineinander übergehen kann man natürlich jetzt wunderbar nutzen man kann es aber auch getrennt machen dann fährt halt nicht automatisch durch das ist auch sehr schön also ich denke wir haben da schon gute möglichkeiten zu wissen bei 66 prozent und kommen auch denke ich ganz gut voran hier gesagt mit den breiten spuren von case macht das natürlich laune weil das geht enorm schnell hier ist natürlich jetzt ein bisschen blöd ranzufahren da müssen wir mal ein wenig anders ausholen weil da doch dann noch ein kleiner hügel im weg ist aber das kriegen wir auch hin so helfer hatten vollen korntank dann sollten wir uns darum einmal kümmern werden wir hier mal abtanken schnell so dann sind wir bei 28.000 liter steht natürlich jetzt auf der falschen seite aber gut halb so schlimm halb so schlimm wenn man das jetzt mal so zusammen sieht wir haben schon eine relativ große feldfläche mit der wir arbeiten können ich denke das ist auch ein ganz guter vorteil ähm der daniel hat jetzt glaubt die 20 die 21 die 22 hat er unten ne ähm 20 will er glaube ich noch kaufen aber im verhältnis die beiden ist noch nicht mal so groß wie die drei also haben wir jetzt was hier versorgen betrifft im moment würde ich doch mal behaupten einen deutlichen vorteil was uns natürlich das leben hier doch um einiges erleichtert ihr wisst ich spiele immer ganz gern relativ entspannt deswegen habe ich jetzt auch gerade hier wieder nur mein pro forma gürtel an ich habe ihn zwar an den gürtel aber ich habe ihn irgendwie nicht eingeschaltet also umgelegt habe ich ihn aber nicht angeschaltet so 28.800 liter sehr schön da bin ich doch schon mal sehr zufrieden gut das läuft äh wir machen Stroh weiter das wie gesagt das sind jetzt nur noch vier bahnen die will ich fertig kriegen das wäre halt gut wenn wir die durchkriegen dann können wir nämlich den bürer an den big body setzen dann kann der andere mit der einsaat beginnen und dann stehen wir da denke ich ganz gut so 89 prozent das passt so weit ist ja schön dass wir so viel reinkriegen werden wir auf alle fälle alles brauchen also jetzt nicht vielleicht direkt aber später denn wenn die tiere mehr werden und die schweine dann wirklich so bei den 300 dümpeln und die kühe auch ähm dann wird der bedarf an stroh enorm sein gerade wegen mischration da werden wir viel brauchen wir haben drei stelle die wir mit stroh versorgen müssen das bringt uns entsprechend viel mist den können wir schön für die bäumchen nutzen und ich denke jetzt sind wir auch an dem punkt wo wir sagen können den restlichen mist können wir verkaufen weil was soll man mit dem mist ne ist eh mist ähm so hier finde ich die ecke finde ich eigentlich schön natürlich kalt da muss ich mir überlegen ob wir da überhaupt groß was umdekorieren weil ich will jetzt nicht alles planieren und sagen wir machen jetzt aus den ganzen schönen hügeligen landschaft eine blärte fläche um irgendwas draufzustellen ich versuche das in die natur zu integrieren und das auch so ein bisschen natürlich beizubehalten der hof hier wird komplett umgestaltet ich glaube das einste was am ende stehen bleibt wird der kuhstall sein alles andere müssen wir nochmal umsetzen weil ich habe jetzt doch so mir nochmal gedanken gemacht ich habe so ein kleines konzept mit dem ich arbeiten möchte wie gesagt das kostet richtig kohle aber es wird sich lohnen es wird unheimlich schön aussehen später und ich denke mal wenn ich dann noch die passenden dekorationsmöglichkeiten finde die so ungefähr meinen wünschen entsprechen dann werdet ihr euch da richtig die augen reiben sagen boah sieht das geil aus also ich hoffe es jedenfalls ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern ich weiß nicht wie es wird vom ergebnis aber das konzept und die idee sind da ich habe so ungefähr bildlich im kopf auch schon vor mir wie es dann aussehen soll deswegen müssen wir halt mal gucken ob das auch so umsetzbar ist so wir haben jetzt 400.000 liter stroh das ist schon mal sehr sehr schön und 8.000 liter kalk plus den rest kalk der da liegt da kriegen wir auch so langsam unseren vorrat das ist auch gut aber ich glaube eine kalkproduktion ich weiß nicht ob wir die brauchen ich weiß es echt nicht weil so wie das im moment aussieht wir kriegen mehr als genug geld rein also da jetzt noch mal eine produktion aufbauen weiteres gebäude wo ich noch gar nicht wüsste wo wir das hinstellen sollen ich sag mal es ist nicht gleich ganz oben auf meiner to do liste ich denke da haben wir noch andere sachen die vorher erledigt werden sollen so naja so viel stroh ist es nicht mehr das kriegen wir jetzt noch unter so da haben wir erstmal jetzt hier das ist ja auch keine ganze spur mehr hier die fahren wir aber komplett durch dass wir zumindest das mal sauber haben der kommt ganz gut voran ich denke mal der hat noch zwei spuren vielleicht sogar nur noch eine ist halt schön mit der großen arbeitsbreite da geht das relativ schnell also ihr habt jetzt gesehen wir haben vielleicht in drei folgen komplett alles eingefahren das ist schon schön und das ohne großen stress also das geht sehr entspannt wir haben keinen stress wegen dass uns irgendwas verdorrt oder wegen den reifen stufen das finde ich ist ein ganz gutes timing was wir da im moment haben so 31% ich glaube das gibt noch mal mehr als ein kipper wohl die letzte spur ist keine volle mehr aber ich glaube es trotzdem ich glaube das wird trotzdem noch mal mehr aber ist ja auch nicht schlimm was wir haben haben wir so ich werde mal ein schlückchen trinken ich habe mir gar keinen kaffee gemacht jetzt muss ich morgens um sieben uhr an die cola greifen das ist ungewohnt richtig ungewohnt aber so ist das gamer leben eben ne man macht viele sachen die ungewohnt sind so 60 prozent ja also da kriegen wir mindestens noch ein ladewagen voll ganz locker ganz 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 easy kleiner rest wird noch überbleiben müssen wir mal gucken aber ich denke den werden wir auch wahrscheinlich noch mitnehmen mal schauen so der Mähdrescher braucht gleich das Maisgebiss da können wir den Mais noch abpumpen das gute ist das geht auch komplett zu den Schweinen ich hoffe dass wir da dann dementsprechend gut aufgestellt sind also wie gesagt Weizen müssen wir auf alle Fälle noch mal machen ähm Raps wäre auch noch mal eine gute Sache vor allem jetzt ist ja alles an Feldern gegrubbert das heißt es gibt im Moment auch nicht wirklich Erntemissionen wo wir noch zusätzliche Körner mit einkassieren können das muss hier in die Planung so ein bisschen mit einfließen das ist schon wichtig ne das ist noch mal eine Spur ein ganz schmaler Streifen hat er noch aber das kriegt er in einem durch da brauchen wir uns jetzt nicht stressen das ist alles gut so wir können auch bei Gelegenheit dann noch mal einen Blick werfen wie es momentan von den Tierbeständen aussieht ich denke unsere Hühner die werden ziemlich gut nach oben gehen 2000 Hühner passen rein ich bin immer noch am überlegen ob wir dann wenn das voll ist den Stall nicht einfach voll lassen weil ich glaube dann da einfach ein paar Hühner verkaufen für 10-15 Euro wenn dann nur über den Direktverkauf aber nicht jetzt noch zum Vierhändler fahren weil das das lohnt sich nicht für die paar 20 Euro pro Tier aber ich bin mir auch noch nicht sicher ob wir das überhaupt machen also vielleicht lassen wir auch die 2000 Hühner einfach nur drin und kassieren die Milch die Milch sag ich schon die Eier das wäre vielleicht auch noch eine Variante ist vielleicht ein bisschen einfacher wir gucken mal gerade also bei den Schweinen haben wir noch für 60 Tiere Platz bei denen ist natürlich wichtig die dann zu verkaufen weil das uns unterm Strich natürlich die große Kohle bringt in Anführungszeichen so hier haben wir eh nur für 800 Hühner Luft da haben wir auch noch massig Platz da ist eine Kuh jetzt dazu gekommen 22 Stunden okay da will ich jetzt auch nicht reinhetzen und noch mal nachkaufen die sollen sich einfach entwickeln und dann ist das denke ich mal angenehmer so ein bisschen Heu bzw. Silage die kommt automatisch überlegt wir haben bei 75 angefangen da sind jetzt schon 1000 Liter dazu Mischration die müssen wir natürlich noch machen jetzt bin ich gerade am überlegen der kann doch auch wir können mit dem doch auch Heu oder das will ich jetzt ganz schnell nur noch mal testen weil wir müssten das eigentlich doch auch hier machen können dann können wir doch hier einfach noch mal ein paar Liter Heu reinschmeißen so das geht doch füllen das schnell in den Futtermischer dann kann der doch schon mal wieder produzieren während wir da arbeiten die ist doch der einfachste Weg das wird er einfach es muss ja noch nicht ganz voll sein es ist ja nur erstmal dass er ein bisschen was zu tun hat das soll eigentlich erstmal der Hauptgrund sein so dann machen wir das nämlich so füllen hier einfach noch ein bisschen Heu rein dann kann die nämlich schon mal wieder anfangen zu arbeiten denn die Produktion brauchen ja auch immer einen Moment bis sie soweit sind und die Zeit ja sollten wir vielleicht so einplanen dass wir in der Zeit anderes machen können und wenn wir mit unserer Arbeit fertig sind ist das auch fertig und dann greift das schön ineinander über dann brauchen wir nämlich nur noch einsammeln und Gutes wir haben eine Kapazität von 80.000 Litern die wir an Mischfutter herstellen können also von dem Punkt ist da noch ein bisschen Potenzial da können wir noch ein bisschen was machen so ich glaube der ist fertig da hinten jawohl das ist sehr gut bevor wir den jetzt an den Mais ansetzen werden wir aber schnell die eineinhalb Spuren Stroh machen dass das fertig ist weil dann übernimmt nämlich der Bührer den Big Body und dann kann der andere Kollege nämlich hier schon mal mit seinem Sämaschinchen loslegen dafür ist der Case halt im Moment der einzige den wir nutzen können und das ist natürlich halt jetzt noch ein bisschen das Problem aber wir bräuchten noch 200.000 Euro für den JCB das muss halt noch einen Moment warten aber wir kommen ja zurecht also ist jetzt kein Engpass oder irgendein Problem was uns tierisch behindert ja das ist halt nur ein bisschen Jongliererei aber nicht jeder Landwirt hat ja auch den Luxus und kann sich gleich für jedes Anbauteil sozusagen eine eigene Maschine holen wäre unterm Strich auch Quatsch so fermentieren Rohstoff ist anti das heißt die Silage ist durch kein Gras mehr da ist aber nicht schlimm wir haben denke ich mal jetzt einiges an Silage die wir verwenden können da können wir dann auch gleich wie gesagt wenn hier so die Arbeiten laufen genüsslich das alles wieder auf Vordermann bringen die Produktion braucht ja immer ein bisschen bis sie soweit ist ich sage das ist ja jetzt nicht so dass wir es reinfüllen und fertig sondern das kostet auch ein wenig Zeit so das Stroh werden wir noch ins Silo bringen oder wir gucken ob wir da vielleicht jetzt in die Mischfutteranlage noch was reinpacken können da wird ja jetzt im Moment produziert ich glaube viel ist es nicht was da noch rein geht aber gucken wir so und damit wir das jetzt optimal hinkriegen kuppeln wir den mal ab wir tauschen gerade die Traktoren dann haben wir nämlich da schon mal den Vorteil dass wir da wieder loslegen können denn wir brauchen nachher auch noch den Gruber das ist das nächste Problem so dann werden wir nämlich folgendes machen wir werden wenn das Stroh weg ist dem die Sehmaschine geben dann kann der hier oben schon mal wieder Weizen einsehen auf die zwei Felder falls das wieder so schön klappt das wäre natürlich sehr schön und während der nämlich da rödelt kümmern wir uns um den Raps dass der entsprechend unter die Leute kommt sozusagen und werden danach den Dürer hier unten für die Maisernte abstellen Maisgebiss müssen wir natürlich auch noch besorgen für den Case das ist aber ja das kleinste Problem ich würde sagen das was jetzt im Moment an Raps drin ist im Drescher das werden wir direkt bei den Schweinen abgeben dann sind wir schon halb auf dem Weg und ich glaube das ist das angenehmste so geht es am leichtesten ich versuche hier immer so ein bisschen die Wege zu optimieren jetzt nicht weil ich irgendwie total panisch hektisch bin sondern weil ich es einfach schön finde wenn man sagt okay mit jeder Spur oder mit jeder Fuhre die man macht kann man einen Zweck erfüllen also dass man nicht unnötig da leer hin und her fahren muss weil das kostet unter dem Strich auch Geld und vor allem Zeit und das Thema Zeit hatten wir ja Anfang der Folge schon mal das ist halt so ein relativ wichtiger Faktor so und der hier kann doch auch Silage der kann doch auch Silage dann machen wir doch gleich noch was ja dann machen wir doch gleich noch was da habe ich nämlich gleich die nächste Idee so dann nutzen wir das doch dann lassen wir da nämlich hier mal ein bisschen Silage reinlaufen muss jetzt nicht ganz voll werden das ist Quark ich würde sagen so 20.000 Liter und die Silage die packt man nämlich auch gleich in den Futtermischer und dann ist es gut dann kann der nämlich erst mal richtig arbeiten dann hat der von allen Rohstoffen ein bisschen was da Silage haben wir jetzt 340 350 nee 330.000 Liter also jetzt haben wir noch 330.000 Liter ja also zum Verkaufen ist es noch nicht aber wir haben zumindest nicht jetzt genug um zu produzieren ja wir könnten es jetzt auch verkaufen natürlich ja das wären dann auch nochmal 50.000, 60.000, 70.000 Euro vielleicht oder noch mehr aber vielleicht auch 100.000 Euro ich habe keine Ahnung aber wie gesagt Produktion ist jetzt erst mal Punkt 1 die muss erst mal laufen damit wir da auf alle Fälle erst mal Vorrat haben ihr seht das Silage Silo hier von der Mischration war relativ leer deswegen ist gut dass die jetzt dann gleich wieder laufen kann so apropos laufen eine Sache möchte ich auch noch schnell machen wir füllen hier mal gerade auf ich würde nämlich ganz gern hier die Kühe noch sauber machen und da ich jetzt nicht einer bin der immer vorbeifährt und sagt das müssen wir noch das müssen wir machen nee ich mache das gleich dann ist das erledigt dann ist das vom Tisch so und jetzt haben wir auch hier unsere Geschichten weg das passt ganz gut dann kann man hier im Prinzip gleich noch nachfüllen aber das eilt jetzt noch nicht das können wir später machen deswegen wir machen jetzt hier gerade die Geschichte sauber denn unsere Tiere die wollen natürlich auch dass das alles immer schön anständig ist ja nur dann produzieren sie auch gut für uns so und es hat sehr gut funktioniert ich habe aber nochmal einen kleinen Trick gelernt mit dem das noch ein bisschen besser funktioniert der Trick ist ganz einfach man senkt den Pick ab und dann kriegt man das noch ein bisschen schneller hin so klein bisschen so das ist nämlich dann einfacher wenn man die Silage einfach aufnimmt dann geht das drödel so den Ladewagen packen wir auf Seite den brauchen wir jetzt im Moment erstmal nicht mehr so damit wir da jetzt mal auch ein bisschen Platz kriegen würde ich sagen packen wir den hier hinten rein die Fläche benutzen wir sowieso nicht aber dann haben wir zumindest vorne auf dem Hof ein bisschen mehr Platz denn das ist doof wenn hier alles mitten steht mitten im Hof da kommen wir nämlich nicht so wirklich voran so wie sieht es hier aus wir haben null Dünger eigentlich ganz gut da können wir gleich von den Paletten was aufnehmen die da stehen gucken wir ob wir jetzt da rankommen oder ob wir uns dazu gebaut haben ne das geht das ist gut so können wir nämlich gleich schon mal ein bisschen Dünger nachfüllen so und da wir hier einiges brauchen werden machen wir auch gleich beim Saatgut wieder ups ich dachte ich würde die Kurve kriegen ups Entschuldigung ich dachte ich würde die Kurve noch kriegen da steht auch irgendwann auf meinem Grabstein beim LS beim LS im Grabstein steht dann ja er dachte er kriegt die Kurve ja hat aber nicht so hier wird es jetzt ein bisschen eng aber es geht so einmal auffüllen Saatgut dann ist da auch gleich wieder ja Kapazität zum Produzieren da ist jetzt der Pfosten das ist aber echt ein bisschen eng also wir werden das hier alles noch umgestalten das ist noch nicht so optimal so wir gehen auf den Weizen den werden wir nochmal brauchen und dann können wir nämlich direkt den Jungen hier auf die 1 schicken so und dann läuft das gleich wieder beziehungsweise wir machen erstmal Raps und zwar hier auf dem Kleinfeld dann ist das auch gleich mit eingesät und das muss ja schließlich auch gemacht werden es ist zwar nicht viel Fläche aber es summiert sich da kommen auch nochmal so 8.000, 10.000, 12.000 Liter und das ist ja eigentlich auch nicht zu verachten das ist schon eine stolze Summe mit der wir hier arbeiten können so den Freund machen wir jetzt erstmal folgendermaßen wir klappen den mal aus so weil es wird nämlich zu kompliziert mit dem großen Schneidwerk dafür haben wir ja uns extra das Ding geholt mit dem einklappbaren Schneidwerkswagen oder ausklappbar so können wir nämlich gerade hier vorfahren geben dann den Raps bei den Schweinen ab so und da stören wir nämlich hier auch keinen siehst du können wir schön am Feldrand entlang fahren optimal so und dann holen wir uns das Maisgepist und dann kann es da auch weiter gehen so hier müssen wir jetzt allerdings erstmal ein bisschen kurz auf die Straße anders geht es nicht ohne groß zu rangieren jetzt kommt natürlich einer Sekunde aber ich bin gleich weg das ist natürlich doof reicht uns das von der Reichweite ich sehe gerade nicht wo wir sind dann müssen wir das jetzt halt doch so machen ja das sieht jetzt gerade nicht so schön aus ich wollte das eigentlich etwas angenehmer machen aber gut dann machen wir das jetzt so tanken das Ding gerade ab fertig bin ja froh dass wir vom Drescher direkt in den Schweinestall abgeben können das erholt sich jetzt auch hier schon so ein bisschen das sieht gut aus da kommt ja jetzt noch mal ein bisschen Raps mit dazu von dem was wir im Kipper haben also ich denke mal da stehen wir dann schon nicht schlecht so und den Rest den machen wir in der nächsten Folge ich sehe nämlich gerade schon wieder oh mein Gott die Folge ist schon wieder vorbei naja aber wir kommen ganz gut voran ich denke wir haben jetzt hier unsere doch ganz gute Lösung gefunden mit der wir arbeiten können so den stellen wir mal hier auf die Seite dass er nicht zu sehr im Weg steht dann einmal drehen wow vorsichtig da geht es bergab denn wir wollen uns ja das Maisgebissen holen so Mischfutter läuft auch sehr gut so wenn man so versucht in einem Schwung ranzufahren funktioniert das meistens nicht so und in dem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Servus und Tschüss